Ah, ich wollte dich grad einladen, das war ja besser. Ja natürlich, Lucky Block machen. Ich hab Video aufgenommen, lade grad hoch. Dann gleich auf Hauptkanal, oh mein Gott. Da hat sich den Fortnite paschiert. Ich hab Video aufgenommen, lade grad hoch. Der ist, äh, hier. Oder hier, hier. Der ist, äh, hier. Lol. Ja komm, ja gleich. Ich hab's in Wiederholung aufgenommen, weil da hat man alles gesehen, wie der Blitz eingeschlagen ist und sowas. Ich hab's in Wiederholung aufgenommen, weil da hat man alles gesehen, wie der Blitz eingeschlagen ist und sowas. Ich hab's in Wiederholung aufgenommen. Seit wann gibt's vier Kicker-Dinge hier? Hä, passt halt zu null zu fort, ne, ne. Glaubst du mal Kriegschaden, ne? Hä, passt halt zu null zu fort, ne, ne. Hä, passt halt zu null zu fort, ne, ne. Hast du Schaden gekriegt? Hallo, ich krieg Ich krieg ihr Ding Shit Hallo, ich krieg Ich krieg ihr Ding Shit WTF Warte Ja Doch, doch Natürlich Komm mit Doch, doch Natürlich LOL Ich dachte, da hast du nur noch irgendwo anders eingeschlagen Komm mit LOL Hä Wie bist du gestorben? What the fuck Hä? Bist du gestorben? What the fuck? What the fuck? Kingen das jetzt auch auf, ne? What the fuck? Kingen das jetzt auch auf? Oh my god Oh my god Man regeneriert sogar schild Oh my god Oh my god Man regeneriert sogar schild Was? Was? Ich hab's überlebt Oh my god Ich hab's überlebt Was? Ich hab's überlebt Okay, jetzt ciao Okay, jetzt ciao Echt? Was? Ich überlebt Was? Wtf? 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 Man kann nichts bauen Wtf? 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 Alter, Digga Hat mit den anderen nicht gesagt Ich da okay dachte Ich dachte einfach das normale Blade oh fuck Ich hab mit den anderen nicht gesagt ich dachte einfach das normale Blade Oh fuck Ja, ja Wenn du in die Nähe von dem kommst und ein bisschen weiter weg bist und in die Nähe vom Sinn Alter, kriegst du den Trampolin neu Ja, ja Alter, kriegst du den Trampolin neu Ich seh's Ich hab dich getötet Ich seh's Ich hab dich getötet Verlass mal Wir haben grad auf euch gewartet, Digga Ich geh sowieso bald auf Verlass mal Wir haben grad auf euch gewartet Digga, direkt Video mach doch auf Klicks H PROCESS Ich hab dich schon Vielen Dank.